Doch während wir Monster hier solche Spinnen wie Webby als Charmante und wunderbare Kreaturen ansehen, darf man auf keinen Fall vergessen, dass ein Mensch, wenn er eine Spinne erblickt, auf diese Art reagiert. Noch irgendwelche Fragen? Verstanden. Sehr beruhigend. Dann widmen wir uns unserem nächsten Thema in Menschenkunde. Der Dunkelheit. Also, wer kann mir erklären, was menschliche Wesen über die Dunkelheit denken? Äh... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Professor Dracula. Claudine Wolf? Oh, äh, äh, Sie finden sie gruselig gut, weil sie es ist? Das ist absolut falsch. Tatsch, die Menschen haben Angst vor der Dunkelheit. Hä? Wieso soll man sich denn fürchten? Vorsicht, die Dunkelheit lauert hinter dir. Boah! Ja, ja, ich weiß, es ist eigenartig, aber wahr. Menschen können in der Dunkelheit nichts sehen, im Gegensatz zu Vampiren. Ah, die Normalos haben also Angst in der Dunkelheit. Professor Dracula, wenn die Menschen Angst im Dunkeln haben, warum essen sie da nicht eine Glühbirne wie Gorb? Oh, ja, ich weiß nicht, 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 ich Vielen Dank.